einen faszinierenden Einblick in das traditionelle Leben der Berber bietet. Diese einzigartigen Höhlenwohnungen befinden sich entlang der Felswände des Unilatals im Atlasgebirge und zeugen von der jahrhundertealten Geschichte und Kultur der Region. Die Troglodytenhöhlen wurden von den Berbern, den Ureinwohnern Nordafrikas, über Generationen hinweg in die weichen Felsformationen gehauen. Diese Art der Behausung bot den Bewohnern Schutz vor den extremen klimatischen Bedingungen der Region, darunter heiße Sommer und kalte Winter. Die Höhlen wurden sowohl als Wohnräume als auch als Lagerräume für Lebensmittel und Vorräte genutzt. Was die Troglodyten besonders faszinierend macht, ist nicht nur ihre architektonische Schönheit, sondern auch ihre Integration in die natürliche Umgebung. Die Höhlen scheinen fast organisch aus den Felsen herauszuwachsen und passen sie mit den Felsen herauszuwachsen.